Heute zeige ich euch, was meine Schweine überhaupt nicht leiden können. Weil die Schweine Probleme mit dem Treppensteigen haben, versuchen wir sie langsam daran zu gewöhnen. Denn wir können sie ja nicht ewig die Treppen hochschleppen. Dann kam sie einfach die Treppensteigen durch BK-107 in den letzten Worten aus derättaig